Und noch so ein Thema, müssen Sie auch permanent diese scheiß Datenschutzerklärung unterschreiben. Man macht nichts anderes mehr im Leben, oder? Man unterschreibt, unterschreibt, auch im Internet immer alles, egal auf welchen Seiten man ist, ja. Überall musst du anklicken, bist du einverstanden? Ja. Sind Sie einverstanden? Ja. Ich mach das mittlerweile blind. Okay, okay, okay. Ich hab jetzt drei Waschmaschinen und eine Penisverlängerung. Wenn einer eine braucht, einfach gleich zum Bücherstrang kommen. Ich hab's ja dabei. Björn, ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, aber ich weiß nicht. Aber ich hab gesagt, verrückt, ey. Alle springen auf diesen fahrenden Zug auf. Ich weiß nicht, was soll das? Also, wenn es was bringen würde, wär's ja toll. Es bringt aber nix. Und selbst mein Navi hat neulich gesagt, biegen Sie ihn 400 Metern ab in eine Straße, die ich Ihnen aus Datenschutzgründen nicht nennen darf. Zack, war ich im Reim. Scheiße. Und dann neulich beim Arzt, ja, dann hieß es nicht mehr, äh, Frau Müller, Herr Schmidt, ne, oder wie auch immer, wurde dann nicht mehr aufgerufen, sondern hieß es über den Lautsprecher, die Hämorrhoide, bitte in Zimmer drei. Leute, das Problem ist, da sind alle aufgestanden. Aber eigentlich gerade da, wo du's wirklich gerne hättest, dass Datenschutz wirklich, also, dass deine intimsten Daten wirklich auch intim bleiben, nämlich bei Ärzten zum Beispiel, da klappt das oft nicht. Muss ich Ihnen vielleicht ein bisschen erzählen, ich war neulich beim Frauenarzt, ja, und dachte, ich informiere mich mal ein bisschen so, was es so mittlerweile an Dingen gibt, um keine Kinder zu bekommen, falls mal wieder jemanden trifft, ja, ich bin jetzt seit drei Jahren Single, muss ich sagen, ich bin seit drei Jahren Single, und ich dachte, wenn da mal einer kommt, ja, ist nicht so schlimm, aber jetzt so langsam, ne, das ist aber nett, dass Sie da so mitfühlend sind. Ja? Ja, und da hab ich gesagt, wenn da mal einer kommt, musst du vorbereitet sein. Wo ich einen Mann herkriege, das ist ganz einfach. Zalando. Ja, Partnerportale ist nix für mich. Partnerportale oder wie man auch sagt, Schrottwichteln. Entschuldigung, sind welche da? Es gibt Ausnahmen, es gibt Ausnahmen. Ne, und da hab ich einfach gedacht, na ja, kann ja unter Umständen dann schnell gehen, informierst du dich mal, du bist ja gar nicht mehr up to date, was ist da so an Verhütungsmethoden, was machen wir so, ne? Und das ist ja schon ein bisschen, das möchte man ja gern auch für sich, also möchte man jetzt nicht, dass alle, ne, das mitbekommen, ne? Und dann sitzt du da so bei der Frauenärztin, wobei, ich finde, das sollte gar nicht Frauenärztin heißen, das sollte eigentlich heißen, Ärztin für KVK. Katastrophenschutz vorm Klimakterium. Oder wie Gerhard Schröder sagen würde, Ärztin gegen Gedöns. Ihr erinnert sich, ne? So, ne? Und jedenfalls, dann sitzt du da im Sprechzimmer, dann kommt die rein und sagt, ja, Frau Huscher, warum geht's denn? Sag ich, ja, also, ähm, also, äh, ich frage für eine Freundin. Sag sie in die Frau, das geht aber nicht, warum geht's denn? Sag ich, also, die Freundin, die ist ungefähr genauso alt wie ich. Und die würde jetzt wieder, wenn da mal so ein Mann kämen, die müsste, ja, was brauchst du denn? Spirale, Pessah, 3-Monats-Spritze, Pille, DVDs mit Mutter und Tochter Tomala. Sag ich, nee, da ist mir überall viel zu viel Chemie drin. So, dann sag ich, ich hab gehört, es gibt Kondome auf dem Mittelaltermarkt, die sollen sehr gut sein. Ja, die sind von verkleideten Waldorf-Schullehrern selbst gefilzt. Aus ganz natürlichen Materialien. Sagt sie, nee, Frau Huscher, die hat Frau von der Leyen getestet, die sind nix. Sagt sie, ganz ehrlich, Frau Huscher, also in Ihrem Alter, da wird höchstens eine von 1.000 Frauen schwanger. Sag ich, 999, 1.000. Also 1.000 wäre jetzt die Freundin. Sag sie, ja gut, wenn Sie ganz sicher gehen wollen, da gibt es die Joyful-Spirale, die ist nur für drei Jahre. Das reicht bei Ihnen. Soll ich, ja, danke, wunderbar. Ne, können wir machen, okay. Gut, bleibt aber unter uns. Sag sie, ja sicher, ich hab ja Schweigepflicht. Wir gehen in den Praxisflur, ne. Sie, Frau Schmidlein, wir brauchen einmal ein Rezept für die Spirale, für die Frau Huscher. Es ist ja jetzt echt nicht so ein großes Ding, sich sowas zu besorgen, aber möchte man das nicht für sich behalten, ja. Und ich geh ins Wartezimmer, will meine Jacke holen. Da ruft die Arzthelferin hinterher. Frau Huscher, wenn die Spirale drin ist, können Sie übrigens sofort loslegen. Schön, oder? Ja, das ist Köln, oder? Das gibt's nur in Köln, oder? Also, Leute. Dann gehst du am nächsten Tag mit dem Rezept in die Apotheke. Ich sag, einmal die Salmlerker Kritztrupps. Und ich hab ja Rezept. Wenn die Apothekerin guckt aufs Rezept, guckt auf mich, ruft nach hinten. Haben wir die Joyful da? Die für drei Jahre, das reicht bei der. So, ich überlege einen Moment, ob sie Tom Cruise ist, der die Rolle und Maske einer Arschloch-Apothekerin testet. Vielleicht ist es aber auch Harpe Kerkeling. Ich sage, die erinnern sich. Doch er reagiert, ich kann also nicht sein. Ja, so. Da kommt die andere von hinten nach vorne und sagt, nee, die müssen wir bestellen. Wann kriegen Sie denn wieder Ihre Blutung? Ah, Leute! Mann! Der ganze Laden still. Nur ein kleines Mädchen mit einem Stoffglitzereinhorn in der Hand spricht ganz laut zu mir. Hat du ein Aua? Ich seh dein Blut. Mut du Anika nehmen. Sülz. Habe ich mich ganz nett runtergebeugt und gesagt, das liegt daran, mein Blut ist durchsichtig. Genau wie von deinem Einhorn. Ich habe ja ein Messer, soll ich dir mal zeigen? Dann habe ich nicht gesagt. Nein, hallo. Nicht verrückt. Ich sage zu ihr, bluten wirst du später auch noch und zwar alle drei Wochen. Das hat sich irgendein hirnverbrannter Töpfereigeselle ausgedacht. Da kommt man auf so eine Scheißidee. Sagt Tom Harpe Kerkeling Kruse. Wieso haben sie überhaupt noch Erdbeerwochen? Sie sind doch schon, bin ich raus aus der Apotheke. Hallo? Dann willst du das Ding am nächsten Tag abholen. Fünf Frauen bedienen und ein Mann. Ich kriege den Mann. Ich sage, ach, ich wollte mir gerade noch das Sortiment hier angucken für die gelatinefreien Hornhautobel. Sagt er, ach, da kann ich Sie beraten. Ach, Sie haben ja einen Abholschein. Zeigen Sie mal her. Und dann so imgehen. Ich gucke mal, ob die Spirale schon da ist. Die ganze Laden ist schon wieder still. Die Frau, die neben mir bedient wird, grinst. Die anderen sieben auch. Ich sage, für eine Freundin. Sagt sie, ja sicher. Sie sind ja auch schon zu alt dafür. Kommt der Apotheker wieder, knallt das Ding auf den Tisch und sagt, so, bitteschön, aber nicht selbst reinsetzen. Höhöhöhö. Hallo? Dann sagt die Frau, das ist nicht für die, die hat eine Freundin. Sagt er, brauchen Lesben jetzt auch die Spirale? Und da hatte ich dermaßen die Schnauze voll. Ich hatte so die Schnauze voll, mir ist echt der Kragen geplatzt. Und da habe ich gesagt, nein, aber unser Hund ist nicht kastriert. Was willst du denn da noch sagen? Deswegen kann ich nur sagen, ich habe das Ding wieder zurückgegeben. Nach drei Jahren. Dankeschön. Danke schön. Danke schön.